hallo zusammen ich habe heute eine ein auszugskühlschrank und zwar eine tb30 am sieht jetzt schlecht müssen ein bisschen drehen hier kann man den auszug rausnehmen 1,5 liter flaschen haben liegend platz hier drin das ist gar kein thema wir haben hier ein einschaltknopf da lange drücken ein ausschalten wir können wieder einschalten auch lange drücken zeigt uns die innentemperatur an 15 grad und hier kann ich die temperatur einstellen von plus 10 auf minus 18 grad ob schon das teil nicht gebaut ist als tiefkühler aber ich könnte einstellen von der technik her wir haben hier hinten einen sektor kompressor drin stelle mal so drauf den 1,4 das ist also der kleinste kompressor den sektor im hause hat mache ich euch sicher ein anderes video darüber wir haben hier die abdeckung wir drehen das teil und schauen uns das auf der seite heran ihr seht hier drin den kompressor zu den maßen wir haben hier eine gesamt tiefe von etwas über 70 cm eine breite von 44 und eine höhe von 26 cm das teil kommt direkt aus china aus diesem grund kommt das so kompakt das aggregat wegnehmen können wir bei uns in der werkstatt machen nur das kostet wieder viel geld im verhältnis dann wäre noch 57 tief und dann können wir mit dem aggregat wirklich ich sag mal auf drei vier fünf meter weg fahren mit kupplungen wäre auch kein thema wir haben diesen kühlschrank nicht im sortiment wir verkaufen ihn nur wir haben teilweise nicht am lager preislich liegt der kühlschrank um die 600 franken euro ja genau preis verlinke ich euch unten im beschrieb auch die preisliste kommt unten im beschrieb wir schauen uns denn wir haben jetzt hier eine störungsmeldung e1 ich habe und eine leere batterie kann passieren da kommt die störung e1 also eine störmeldung unterspannung schutz erschaltet auch ab ja hier zum auszug ist kunststoff nicht spezielles ich kann hier aufmachen ihr seht ich habe hier eine flasche drin ich habe hier unter teiler dass die ware nicht nur eine betriebsanleitung in zig sprachen den auszug ich kann hier auch lösen da kann ich den auszug ganz rausnehmen zum beispiel für die reinigung ihr seht auch die isolation die ist relativ gut von der dicke her und hier habe ich eine steckdichtung wie es dann aussieht die kann ich hier so rausnehmen wie es dann aussieht mit ersatzteilen direkt aus china oder so kann ich euch nicht sagen aber das ist ein glattes teil und für die 600 euro kann man nicht viel dazu sagen ich wünsche euch einen schönen tag